Wir sind heute hier vom VfL Gummersbach bei Augenwelt und lassen uns die Augen durchchecken, damit wir auch das Tor gut sehen und damit wir hier ein bisschen Prävention haben für uns, für die Zukunft und damit das alles auch gut nachgeschaut wird und wir freuen uns drauf und jetzt gleich habe ich den Test und mal schauen, was dabei rumkommt. Neben guten Sportschuhen und guten Konditionen und alles, was zur Ausrüstung dazugehört, gehört natürlich das gute Sehen dazu. Wir freuen uns einfach den VfL dabei zu unterstützen und wünschen natürlich dem VfL einen super Start in die neue Saison.